Aber da ich nachher 90 Kilo Holz in den zweiten Stock schleppen muss, werde ich ins Bett gehen. 90 Kilo Holz schleppen, das ist ordentlich. Aber dann ist es so weit, habt eine wunderbare gute Nacht. Und wir spielen die MS Guild. Ich bin sehr kreativ, wie immer. Das wird sich jetzt nämlich noch ändern, ja wunderbar. Ach man. Oh man. Ich bin zu blöd zum Tippen mittlerweile. Die MS Wars will ich nicht spielen. Ich möchte... So, wir spielen heute nochmal das, ich bin... Sollen wir mal auf schwer spielen? 50% mehr Punkte. Mehr Punkte ist schon geil, aber weniger Geld ist nicht so geil. Geringe Schrottbelohnungen und schwerere Gegner. Naja, lassen wir nochmal auf normal. Ich habe so wenig FTL gespielt die letzte Zeit. So, wir nehmen jetzt einfach die letzten... Hier Chatter, das wäre einmal zu... Da, ja. Das, weil er alle anderen weggespampt hat. Dann wäre das... Captain Dave. Captain D. Na, ist nicht schlecht. Teso hat er noch geschrieben? So, ne. Kleine... Ja. Weiß nicht, was man da gerade gesehen hat. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Weiß nicht, warum sich das gerade so geöffnet hat. Sollte es nicht. So, äh... Passt. Da, du, da, du, da, du... Du, da, du, da... Das ist doch eine ordentliche Crew, oder? Mit der kann man die Föderation schon mal retten. Und ich hätte dieses Mal bitte gleich direkt mehr Waffenglück. Nicht so wie beim letzten Mal. Die Tür bitte zumachen. Nach Notfall. Komm. Let's go. Was soll schon schief gehen? Ja, ich suche mir noch Hilfe bitten. Ja. Ja. Ein Schaden. Sechs Benzin. Zwanzig Scrap. Habababab. Was soll das denn? Wie kann es denn hier als Brennen anfangen? Oh, Zellinava. Hey, wie weh. Nur da, mit FDL hat mein Handy wohl keine Probleme. Oh, das ist... Und war das der Start? Wie geil, lass mal weiter pflichten. Das ist dringend. Oh, na. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Das kann... Haben wir die Rockets gerade weggeschossen? Oh, mein Gott. Oh, mein Schild ist das, äh, das ist schlecht. Chill, 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 chill. Gut. Nein, was ziffst du? Was ziffst du? Schild nochmal. Schlecht. Ganz schlecht. Gut, gut. Chill, 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 chill. Bevor der nächste Steinschlag kommt. Okay, wir haben gewonnen. Oh, Gott. Oh, 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 oh. Böse. So, und? Schade. Äh, was ist schneller? Unser Laser oder unser SFL? Oh, Gott. Unser SFL. Ja, ja. Wunderbar. Oh, mein Gott. Kein Wandel wieder. Drecken, ey. Zweiter Sprung aus der Beidenfeld. Ich glaube, Takt. Äh, was für... Was hast du denn? Zwei Laser? Ist es dein Ernst? Du hast einfach nur zwei Laser? Der kommt bei mir nicht durch. Das ist halt Quatsch. Bevor der abhauen kann oder irgendwas machen kann, zerballern wir ihm sein... Sein Steuer. Ich kann er nämlich jetzt nicht mehr ausweichen und wir treffen wenigstens zweimal. Piu, piu, piu. Der noch kaputt. Ach, komm, mach mal. Na, ist das eh egal. Ich brauche hier noch zwei Durchgänge. Piu, piu, piu. Aber jetzt, äh, der große Laser, ihn nehme ich mal stark an. Ja, da ist er. Ja. So, 73 Scrap jetzt schon. Das läuft actually saug. Das läuft furchtbar. Eindringlinge an Bord. O2 läuft. Mad Bay läuft. Ihr geht da hin. So, wir machen hier überall die Luft raus. Ich sehe nicht, was los ist. So. Alle werden jetzt genötigt, hier reinzukommen. Und in der Mad Bay werden meine Leute permanent geheilt, während wir die Gegner verkloppen. Weil alles andere hat keinen Sauerstoff. Entsprechend werden die in den Raum gehen, der Sauerstoff hat. So, und da das vorbei ist jetzt mit den... Ne, jetzt müssen wir halt jetzt mal das wieder hochpumpen. Wird es halt ein bisschen dauern. Genau, in diesen, ähm... Hier sind die Plasmastürme. Plasmastürme, genau. Wird die Hälfte mit deiner Energie einfach... Ja. Quasi ausgeschalten. Jetzt müssen wir halt leider warten. So, ähm... Ja, und sonst so, ne? Also, hm. Äh, wir könnten leveln. Interesting. Ja. 57 ist immer noch ein Wort. O2-2. O2-2 wäre halt jetzt geil. Das wird viel schneller gehen. Das Problem ist, O2-2 so früh kaufen. Ist ja ein absoluter Quatsch. O2-2 brauchst du eigentlich nur für den Final Fight. Für Phase 1. Ähm. Weil du nicht weißt, ob da ein O2 gehackt wird. Wenn du O2... Äh, wenn da ein O2 gehackt wird und du kein O2-2 hast... ...bist du basically dead. Außer du bist schnell. Oder hast du halt Glück, dass du die, äh... ...Hacking-Station schnell zerschießen kannst. Würde ich allerdings nicht drauf wetten. Ja, im Gegenteil. Das ist aber kein Geldwurst 2. Hab ja auch schon rumgestellt. Hallo, Blackie. Äh, natürlich greifen wir an. Ach so, ja. Waffen, das laden. Genau, jetzt muss man die Energie wieder neu verteilen. Du hast... ...einen schweren Laser und einen Ion-S-Irgendwas. Das ist der Kleine. Das ist der Zehn-Sekunde. Nee, das ist der Acht-Sekunde gewesen. Das war perfekt. Der schwerte Laser ging nämlich... ...ins Schild und der Ion-Schlag. Mir fehlt noch irgendwas 2. Bei mir selber steht FTL. Bleib mal neu. Das sollte da eigentlich nicht stehen. Aber actually, das muss ich mal gucken. Ja, ja, ja. Hä? Ich muss auf FTL stehen. Blackie lebt wieder in der Vergangenheit. Nee, hä? Wo ist denn mein Chat? Da. Ach, Scrap! Das ist aber nicht viel. Oh, Karte. Wir sehen aber nicht, wo ein Shop ist. Nee, gut. Shops könnten ja wahrscheinlich dann das sein, ne? Da sind geblasche Schiffe. Wir haben da drei Optionen auf dem Shop. Lass mal zack, zack, zack gehen. Dann sehe ich's, ja. Bei mir steht FTL. Hier ist ja gar... Blackie ist einfach... Bis mein Signal nach Italien zu Blackie kommt, dauert halt immer ein bisschen. Äh, wir folgen und helfen. Das heißt, wir folgen und schießen. Drohne. Was für eine Drohne? Abwehrdrohne. Schießt er, geht noch aus Süden? Ja, ist egal. Wir schießen Laser. Das ist okay. Äh, die sind gleichzeitig. Da ist es blöd. Ich weiß nicht, ob da Feuer gerade entfacht wurde. Ersticken wir es. So, eine Waffe. Das passt dann schon. So, eine Waffe aus da drüben. Dann können wir eigentlich... Ich sag, heute kann man die Tastaturhaut einfach nicht bedienen. Ich drück alles falsch. Die sind nämlich auch off-sync, die beiden. Ja, genau. Der will nämlich jetzt abbauen. Das dachte ich mir nämlich schon. Deswegen hab ich vorhin schon mal wie Gefahr. Zehn Scrap. Ne. Laser mach fertig. Zehn Scrap und wir kriegen 13. Ne, ne. Wir haben jetzt schon 5... Okay. Ja, okay. Neh, nehm ich. Dass da... Einer, der mit 3 müsste, ist der Shop, nehm ich mal stark an. Wir haben jetzt schon über 100 Scrap. Von daher würde ich gern... Ja, ja, ja. Nimm hier das Dingsteil. What? Ein Shop. What? Wie geht das denn? Seid ihr verbunden? Ja, dann kann ich zack, 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 zack machen. Natürlich die nicht entdeckten Orte mit Schiffen nehmen, weil das ja potenzielle Kämpfe sind, die uns Geld geben. Wenn ich das schon sehe... Wenn ich das schon sehe... Äh... Hoffentlich schießt der Laser vorher, dass es einfach nicht gut für ihn aufgeht. Ja, und der wird gehen... Ja, und der wird gehen... Ja, 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 natürlich. So, Tiso-Chan... 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 Das war mein O2. Leute, Sauerstoff gibt es erst wieder... Es gibt keine Schilder, in denen du arbeiten kannst, geh reparieren. Sauerstoff gibt es erst wieder, äh... Wenn hier gearbeitet wird. Bam, 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 so, gut. Ist das frech? Habe ich ja auch noch nicht gehabt. Da ist mein Schild wieder, toll! Ja, da bräuchtest du anderthalb Schild, ne? Mein. So, dann geh mal wieder dahin, wo du hingehörst. Ein Pulsar auch noch. Und den Sprung müssen wir machen, um rauszukommen aus dem Sektor. Das ist ja das Allerschlimmste dran. Boah, come on! Und mit Pulsar... Boah, boah! Boah! Mh... 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 Wider nur unsere Schilde... Mh... Mh... Wod grad grad sagen... Geil! Ikail! Kann ich aus worrychen. Mh... So, jetzt kommt mein dicker Laser und beamt euch erstmal aus dem Leben. Sehr schön. So, gefällt mir das. Jetzt ist alles wieder ab, alles repariert und wir springen los. Ne, noch einen Pulsarstoß gebe ich mir nicht. Ist hier noch? Uuuuh. Ich würde gerne beide nehmen. Ich kann nur eine nehmen, ne? Aaaaaaah. Ja, dann nehme ich definitiv den Engi. Der kann leider nix. Deswegen nennen wir ihn auch Blackie. Das passt nämlich. Ei, Blackie. Kann nix. Heißt fast gleich. Ähm. Hm. Warte mal, Zoraya hast neun Punkte bisher, ja. Zwei. Zwei. Warte mal, neun auf dem Schild. Schilde schneller repariert im Notfall. Äh. Ja. Oh Gott, Zoraya fliegt die Kiste jetzt. Ob mir das gefällt. Hm. Warte, will ich Blackie doch am Steuer haben. Blackie hast du einen Führerschein? Ne, ne? Ich glaube, das ist kein gehabt. Ah, verziehen wir uns. Oh Gott, was haben wir denn hier? Äh, doch hast du. Glaube ich dir nicht. Engi oder Engi Gebiet? Wow. Wow. Das ist ja ne Auswahlshop. Hm. Oh. Risky Road. Ich nehm die Risky Road. Oh, der. Der Pulsar. Straight. Ein Pulsar wiedergefunden. Das ist doch zum Kotzen. Ah, ne Teleportbombe. Die sind durchaus widerlich. Lass mal anfangen. Lass mal gucken, was er macht. Erstmal nix mehr. Wir haben seine Waffen disabled. So, wo geht der Pulsar hin? Ins Gegnerschild. Aber auch in unser Schild. Lass mal den gegnerischen Motor zerstören. Bum, bum, bum. Oh, da läuft sogar einer hin und repariert den Straight. Piu, piu, piu. Ihr werdet den Scheißdreck abbauen. Hm. Unsere Schilde waren geblockt und deswegen konnte er den einen Schuss auf unsere Waffen hauen. Dass die jetzt nämlich nicht mehr laden. Aber mein Laser killt. Ganz sei Dank. Widerliche. Komm, da muss man das gucken. Und Pause. Und weg hier. Da, 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 da. Ich hätte mit 14 angefangen. Genau so, dass ich fertig war, dann 18 war. Ha. Ne LK. Der kleine Bruder der VK. Die bringt mir aber nix. Ja, alle sieben Sekunden zwei Schuss. Ist geil. Ja, aber ein Zwölfer. Müsste man immer zweimal schießen. Wart. Zwei Sekunden. Also dann wieder laden und dann warten, bis die andere fertig ist. Das gefällt mir nicht. Die können ja alle nix. Äh. Ja. Schade. Das hätte so ein schöner Shop sein können. Ja, ein schöner Ort. Tschüss. Die Rebellen sind ganz schön nah an mir dran. Ich habe 32. I'm sorry. Danke, aber nie. Ich habe nie viel. Wieso habe ich das so? Dem Zivilschiff helfen. Natürlich helfen wir dem Zivilschiff. Wir sind good guys. Die Porten. Wo? Oh wirklich, der kommt hier rein. Bam, bam, bam. Ja. Einfach durchs Vakuum hin hier rüber gelockt. Und dann haut die Sau auch noch ab, ey. Und ist Lance eigentlich angeschlagen? Lance! Bin ich Knöchel verstaunt, oder was? Alter, Sack. Bleibt nicht überall hängen. Hm. Ich gehe doch wieder nach Porten. Ja, hier ist er tot. Ah. Oh. Neflag 1. Warum gehst du da rüber? Habe ich dich mitgenommen aus Versehen? Ah. Wie ist das gerade funktioniert? Ja, das ist schon mal ein guter, sehr guter Anfang. Plug 1 ist gut. Eine sehr, sehr gute Waffe sogar. Die gerade geschenkt bekommen zu haben, ist richtig, richtig schön. Das freut den Dave. Eine Enter-Drohne haben wir gefunden. Toll. Toll. Lass ich hier noch schnell reingehen. Ich will mehr Geld. Oh Gott. Ja, ballert erst mal. Ach Mann, diese blöden Exa-Schilde. Die sind ja zum Glück überhaupt nicht nervig. Nein, nein. Ich hasse den Kerl. Was ist das denn das? Ich hasse den Kerl. Naher, die müssen wir ja früher losschicken. Warum sind denn die Rockets immer noch an? So. Ich könnte nicht zumachen, weil die Türsteuerung kaputt ist. Hier geht mir auf die Nerven. Schlaft mal. Danke. So. Mann. Repariert das. Mit normalem Schlaflärm. Viel Spaß, Blacky. Du solltest heute mit wenig Geschrei rechnen müssen. Außer ich werde brutal von RNG beschissen. Dave, weil du so klug bist. Darf ich dir eine weitere Challenge geben? Hallo, Lance. Da ist er ja endlich. Vorhin habe ich nach ihm gefragt. Da habe ich keine Antwort bekommen. Selber schuld, mein Lieber. Eine Challenge. Was willst du mir denn für eine Challenge geben? Das ist gemein. Aber... Nö. Vielleicht noch günstiger reparieren kann. Mach ich es auch. Noch ein paar. Wieder... Was auch. Exaktas prongiert. Ja. Braucht keine Reparatur. Mein Schiff ist im perfekten Zustand. Aber danke schön. Ah. Na, Kampf ohne. Eklig. Ich finde einen absoluten neuen Ort nach dem anderen. Obwohl ich das nicht mal noch mal beim ersten Playstrump ist. Elden Ring beeindruckt mich halt echt immer noch. Elden Ring ist super. Ist auch echt krass, was man findet. Das ist wahr. Bam, 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 bam. Chilt. Junge. Da bist du das schon wieder kaputt. Was haben die denn alle gegen meinen Laser? Ach, ja. Wunderbar. Hm. 1HP. Ist ja lächerlich. Habe mindestens drei Räume permanent ohne Sauerstoff. Hm. Hä? Ich musste alle Reaction-Videos zu Welcome to the Internet gucken. Sie haben aber noch nicht alle gesehen. Oh, du Scheiß-Spiel. Den Job hinter dem Ausgang verstecken. Das ist schon widerlich. Mantis oder Nebel. Entschuldigung, ich nehme den Nebel. Mantis ist gerade nicht so mein preferred. Aber mit den zwei Waffen fühle ich mich eigentlich gerade halbwegs strong. Du bist, warum bist du ein Nebelsprung? Es gibt drei außerhalb des Nebels. Das ist eine Sackgasse. Wow. Ach, Gott. Nichts. Ich möchte trotzdem Dinge suchen und finden. Keine Schilde. Keine Schilde ist gar nicht mehr so dumm. Auch kein O2. Ihr braucht keinen Sauerstoff, Leute. Wir müssen ganz schnell diese Waffen erledigen. Wenn wir das nicht schaffen, ist sowieso vorbei. Dann braucht ihr nie wieder Sauerstoff. Der schießt die Rakete trotzdem einmal durch. Ich krieg's kotzen. Soll ich den nicht wegkriege? Okay, ich krieg's Sauerstoff. Nein, ich krieg keinen Sauerstoff. Sauerstoff wurde gerade geheckt. Sauerstoff, 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 Schmauerstoff. Das ist eine Scheiße. Okay, das Schiff will wirklich nicht, dass ihr atmet. Ist das der Ernst? Ah nein, ich hab den nicht abgeschossen. Ähm, Sauerstoff wird langsam ein bisschen knapp, ne? Sag mal, Lance. Lance ist ne olle Pfeife. Der trifft einfach nix. Dreimal verfehlt. Lance. Also jetzt ist es hier aber. Haben wir einen Ersatz für Lance? Jetzt hat er wieder zwei Schilder. Er hat die blöden Schilder repariert sogar. So lange haben wir nichts getroffen, weil Lance einfach... Das grenzt an Arbeitsverweigerung, was Lance hier macht, ne? Wirklich, Lance. Jetzt sterben wäre gut. Dann wäre noch genau Zeit für einen Durchlauf. Aber ich hab zwei meiner Lieblingswaffen. Warum sollte ich jetzt sterben? Das fände ich nicht gut. Nee, fände ich nicht gut. Nö, 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 nö. Wir hatten angreifen, natürlich. So. Erst mal wieder Punkte verteilen. Das alles wieder so funktioniert wie... Drei Schilde. Das Ding kommt durch unser Schild. Warum hast du denn drei Schilde? Der kommt nicht durch unser Schild durch. Oh, interesting. Dann ballern wir dir die Schilde jetzt erst mal weg. Pop. Eins ist weg. Nee. Plump. Noch ein Schild weg. Der will abhauen. Schilde sind down. Ah, unser Big-Strahl-Regel sowieso jetzt, ne? 17. Ich bin greedy. Und? 18. Okay. Hä, es war einer mehr. Was? Ah. Das war meine Lieblingswaffe und du hast keine zwei VKs. Die VK ist eine Gimmickwaffe. Die benutzt du eigentlich nicht seriously. Piraten angreifen. Natürlich. Was soll ich denn sonst machen? Wir greifen immer Piraten an. Oh Gott. Nee, weil sie die Flak 1 bekommen haben. Natürlich kommt die Rakete vor ihm. Zuerst raus. Und daneben. Genau wie Lance Schüsse. Hey. Ach, Lance. Was kannst du eigentlich? Was bist denn du? Aus. Okay. Mir ist egal. Raketen durchbrechen die Schilde. Das sieht schon wieder aus, als ob ihr gleich nicht atmen könnt, Leute. Ja. Captain Dev geht das reparieren. Damit alle atmen können. Das dauert lange. Oh, diese blöde Rakete. Ich weiß nicht, ob da Feuer ist oder nicht. Gibt's doch nicht. Jetzt. Nee. Ich hab mir so viel Schaden gemacht. Vielleicht zerlege ich jetzt. Ich glaub, es hackt hier. Oh. Bumm. Bumm. Wunderbar. Eine Ente-Rohne. Wieder eine. Blackie. Wo bist du denn kaputt? Das ist ja kaputt. Er ist ja eine Maschine. Nämlich ist es mal ins Fitnessstudio gehen würde. 218 Scrapple. Kann ich bitte eine Waffe kaufen? Nee, weil ich keinen Job finde. Was ist denn das? Ich weiß nicht, ob ich deine Antwort überhört habe. Können ich in deine Crew oder ist das permanent? Wenn wir wieder jemanden bekommen? Bist du gefragt? Achso, ist denn eine Crew? Naja. Äh, ja, ja. Hab ich überlesen. Sorry. Äh, hey, hey. Der wird abhauen. Das ist blöd. Eine Crew ist, äh... Wie es halt gerade zustande kommt. Ähm. Äh, ja. Ah, Gott. Das ist eine Feuerdrohne. Ah, mein Gott. Ja, jetzt verbrennt er mir mein ganzes Schiff. Oh, mein Gott. Ha, 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 ha. Brauchstoffe draußen. Nee, nee, alles gut. So. Äh, ja, bleibber. So. Widerliches Drecksding. Ja, ihr beide dürft schon wieder da runter. Das Ding, das ist ja Wahnsinn. Blacky darf sich schon wieder am Pflaster holen. Der macht mich bald wahnsinnig. Blacky. Äh, das war jetzt kacke. Stopp. Bitte. Gib mir eine gute Waffe. Wirklich nur eine. Äh. Das alles nicht, was ich haben will. Im Gegenteil. Das verlängert es ja. Wir könnten uns Arthur kaufen für die Waffen, aber... Aber Arthur ist ein Mantis. Mantis, genau, ja. Die ist halbe Temperaturgeschwindigkeit. Das ist halt blöd. Und die Waffen sind, äh, ein System, das du schnell repariert haben willst. Und die Ente wollen wir noch verkaufen. Äh, immer noch mehr Geld. Ja. Ich sehe keinen weiteren Shop. Ist mir egal. Dann nehme ich jetzt Schild 2 erstmal. Dann ist das jetzt so. Und dann haben wir jetzt erstmal Schild 2. Holen wir der Player da und abschmiert Twitch hat heute Probleme. Äh, andere konnten vorhin überhaupt nicht live gehen, beziehungsweise... Nee. Dem Ding will ich raus. Äh, zum Beispiel, als ich vorhin bei Arno zugeguckt habe... War es so, dass ich einfach nur einen schwarzen Bildschirm hatte. Es hat kein Video geladen. Auch kein Sound. Nichts. Und das war überall. Dass es dann irgendwann mal funktioniert hat. Hacking. Meine Schilde. Du blödes Stück Scheiße. Das ist ja unglaublich frech. Gut, dass er sein Timing verknackt hat. Oh no. Und verfehlt. So, das ist Aubek. Ah. Hoffentlich kriegen wir das bis um 6 in den Griff. So, bis um 6. Was war die so um 6? Also, du kannst dir überhaupt schon zugucken. Vorher ging es ja überhaupt nicht. Wird ja konstant besser. So. Ähm. Hm. Hm, 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 hm. Redet doch nicht von zugucken. Hä? Ja, von Waddan. Welcher Player soll denn sonst abstürzen? Plans. Tja, dich hätte ich gern das Aube, bevor du sie gesammelt hast. Wer hat gelevelt? Zwei hat gelevelt. Ah, okay. Plus zwei ausweichen. Das ist okay. Ja. So, Waffen weg. Die eine kann er eigentlich haben, oder? Oh, die Schilder weg. Zwei Schilder sind nervig. Eins ist besser. Dev, du verstehst mich wieder nicht. Ich bin wieder schuld. Alles ist gut. Genau. Denn du weißt doch, wenn ich streame, musst du mir alles haarklein erklären, was du meinst. Ihr habt keine Zeit nachzudenken und Videospiele gleichzeitig zu spielen. Das funktioniert nicht. Könnte ein extra Sprung dadurch sein. Der nichts ergeben hat. Wunderbar. Du hast nie Zeit nachzudenken. Das stimmt nicht. Die Zeit habe ich öfter. Aber wenn ich Zeit habe, habe ich keine Lust. Das ist ein gewaltiger Unterschied. So, in dem Kampf muss ich nichts machen. Der hat keine Schilde. Na toll, natürlich kommt die durch. Das würde schon nicht brennen. Nehmen wir einfach gar nichts in dem Ding. Der Kampf spielt sich komplett von allein. Alles auf Autofeuer. Seht ihr? Du musst nichts tun. Lance denkt sich auch, ich muss nichts tun. Nun schießt er neben. Wunderbar. Sehr toller Feuill. Das ist wie dieses, ich kann es nicht bezahlen und ich will... Was? Ich kann es nicht bezahlen und ich will es nicht bezahlen. Ja, das verstehe ich jetzt auch. Ich verstehe nicht, was du meinst. Weil ich anscheinend den Joke wieder nicht kenne. Auf das sich das bezieht oder Werbung oder was weiß ich, was das ist. Nichts. Was ist denn hier schon wieder nichts? Engi oder Piraten? Nee, Engi sind nervig. Ich nehme lieber Piraten. Engi sind wirklich nervig. Die haben so viele Drohnen. Seht ihr? Nichts hat Feuer gefangen. Alles geplant. Wusste ich es doch. Dass es perfekt aufgeht. Warum finde ich denn so viele leere Sprünge gerade? Was soll denn das? Oh nein. Man, natürlich hast du nur drei. Ach, was ist das scheiße. Gut, dass ich auf zwei geupgradet habe schon mal. Rakete da auch noch. Oh, du schießt sogar schon. Um, das war unsere Mid-Bade. Ach, die Rakete wirst du behalten. Ja, aber nett von dir. Oh Gott, was ist das für eine Rakete, wenn die immer noch lädt? Oh Gott. Au, mein Gott. Geh, helfen. Und Lance ist halt auch noch fast tot, ne? Die hat alles ausgemacht mit einem Schlag. Ja, das ist richtig kacke. Das war Lance. Ich kann gegen diese... Rakete nichts tun. Ja, ich muss fliehen. Ich kann gegen diese eine Waffe gerade nichts tun. Weil meine Waffen disabled sind. Permanent. So. Ach so, Luft haben wir übrigens auch nicht, ne? Ach so, das heißt natürlich, dass du keinen Sauerstoff nachbekommst. In der Mid-Bade, beim Reparieren der Mid-Bade gestorben. Wir werden sterben deswegen. Auto funktionieren wieder. Gehst du bitte. Hm. Hm. Meine Schilde sind kaputt. Ich kann nichts tun. Ich kann nichts machen. Oh Gott. Ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun. Wir haben noch was, 6 HP, 7 HP. Genau. Es ist so geil. Ich bin fucking rich. Ich kann nichts tun. Wir haben da drüber gesprochen, dass du MM spielst. Nein. Ich werde Majora's Mask im Leben nicht anfassen. Warum nicht Sauerstoff und Schild? Äh, 200 Schild. Weil, ja. Ich bräuchte ganz dringend ein Shop-Spiel. Nur mal so. Jetzt würde ich die ganze Nachricht von MM lesen. Brauche ich nicht. Ich habe sie gelesen. Ich habe sie noch nicht vorgelesen. Ich bleibe verborgen. Oh, das ist auch schlecht. Das bringt mir alles nichts. Ich brauche einen Shop. Oh mein Gott. Das ist so, es ist so lächerlich manchmal in dem Spiel. Du hast einen guten Run. Und dann kommt eine einzige Scheiße, die dich komplett killen kann. Weil, oh. Waffen disable. Du kannst dich zurück schießen. In der Zeit lädt er seine Waffe und schießt zurück. Dass seine Waffe wieder komplett kaputt ist. Du kannst wieder nichts aufladen. Ja, fuck off. Okay, die ist weg. Das ist gut. Es ist im Endeffekt das, was ich mit den Gegnern mache. Problem ist, es hat mich einfach komplett zwei Crewman da gekostet. Weil er sogar auf den einen, der lowlife war, da noch drauf geballert hat. Mann, jetzt kann ich mir eine Schilde machen. Warum willst du hier gerade nach Essen? Ich habe ja nichts zu essen. Warum willst du hier nach Essen? Achtenweise, das ist gut. Ich habe keinen Schaden bekommen, ne? Wenn das da unten ein Shop ist, das wäre das Einzige, was mir noch helfen würde. Oder der Ausgang kann auch ein Shop sein. Das ist das Wiedenfeld der Kunden. Ah, verdammt. Mann, mein Greed, ne? Da wurde ich für meinen Greed beschraft. Vor allem die Teleport-Bombe. Das wollte ich nämlich nicht. Das ist ein System kaputt. Dadurch habe ich auf jeden Fall ein HP verloren. Immer wenn ein System auf Rot geht, verliert man ein HP dadurch. Nein. Ihr nervt mich. Werde euch töten. Das ist über die mangelnde Tätigkeit noch von Lens gemeckert. Das ist halt weg. Ja, aber das ist ja noch viel schlimmer. Jetzt macht er ja gar nichts mehr, die faule Sau. Oh nein, wieso ist denn der wieder ab? Oh, du bist tot. Gut. Nicht über die mangelnde Tätigkeit, über die mangelnde Leistung. Wenn mein Schütze nichts trifft, dann ist das halt ziemlich kacke. Dafür ist er ja da. Wenn der Notarzt mich weiß, wie er jemanden das Leben rettet, dann ist er auch falsch besetzt. Deswegen warst du als Schütze einfach nur ungeeignet. Du hättest ja nicht gleich sterben müssen. Du hättest ja einfach nur entweder mir sagen müssen, was du kannst. Oder halt lernen, wie man schießt. Das ist ein gewaltiger Unterschied, Lens. Das ist leider kein Shop. Dann... Felis. Felis. Rockman. Bestes Lied. Lass da hingehen. Shop? Wo sind die höchsten Shop-Aussichten? Hier. Ja, definitiv da, oder? Dann hier sehe ich vier. Der folgende Vorschlag. Dave, ich bin auf Fortbildung. Hauptsache Fort. Ja, ja. Sagen, dass er von einem Gott geschickt wurde, damit er in der Crew beitelt wird. Ja. Okay. Dann funktioniert das bestimmt mal. Oh Gott, drei Schilde. We are dead. We are so dead. Genießen wir das Lied noch ein bisschen. Müsst die Rakete wegkriegen. Wer ist jetzt doch? Blacky. Blacky ist jetzt genauso wenig. Warum kann hier eigentlich keiner was an Bord? Ist das schon wieder die blöde Rakete, die ganz so viel Schaden gemacht hat? Die 100 Jahre lädt? Das ist mir egal. Das ist mir nicht egal. Nur zwei AP. Das Ding muss uns dreimal treffen und wir sind tot. Also wirklich, das Ding muss uns dreimal treffen und wir sind tot. Hat vier Schaden gemacht. Nein, das ist das Einzige, was er behält. Ja, wir sind tot. 27 Prozent Chance, dass wir überleben. Das Ding ist ein Miss von ihm. Verfehlt? Wow. We are so lucky. Bitte lieber Laser, schieß irgendwohin, wo es gut ist. Oh, sie waren geschossen? Das ist richtig gut. Haben sogar ein Schild noch weggemacht, ne? Das ist richtig gut, gerade. Das Schild? Das Schild, actually. Die dürfen sind mir scheißegal. Was? Was? Ne, nicht gut. Muss die Waffen down halten. Ne, ne. Waffen down halten ist viel wichtiger. Ne. Jetzt möchte ich dich auch tot haben. jetzt kommt jetzt weg die hier so dumm das ist so dumm gott und da heißen was kann man hier kaufen 2 alles scheiße wieder operieren und steuerung was ist dabei kampf drohne 1 halbwegs unten eigentlich soll ich jetzt noch weißt du was hier drohen bergungsarm so das spiel ich jetzt halt mit drohnen wenn mir keine waffen gibt es spiel gibt es halt drohnen ja egal war blacky vakuum ist toll kampf verlaufen we are dead we are so dead we are lucky das ist actually gut jetzt will ich dich tot haben ja 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 und haben wir das intrusion durch dich bricht die hülle des feindschosses und ionisiert zufällig ausgewählte systeme sucht und vernichtet eindringlinge auf deinem schiff keine upgrade ich habe so viel kohle die ganze zeit keine waffen ich habe gerade bei dir so wie man natürlich nicht vorher finden können alles genau falsch passagieren akzeptieren da muss ich dich hinbringen da haben wir mehr stadt einsammeln 58 du ekelhaftes stück das eine flak 2 ach so wir haben ja jetzt niemanden zur verteidigung mehr die flak 2 schildern man schaden ich bekomme ich kann mich kaum wehren wieder das sind das für ein kampf warum portet er irgendwie nicht zurück das kaputt gemacht habe meine wohnen jetzt auch noch kaputt alter ach jetzt portet er schwein schilder hier Bei einer Gehässigkeit lasse ich euch nicht mehr am Leben Dodge this bitch Wie keine Rakete kommt noch durch Ich kotze Spiel why are you hating me so much Kann eigentlich alle Crew auf dein Schiff schicken Dann ist dein Schiff doch unbemannt Ich glaub alle darf er nicht Wobei doch darf er schon Wenn wir dann springen was ist dann Warte mal wo hab ich Achso Das ist schon der dritte oder vierte heute Oh nein Oh nein Ich muss die irgendwo hinjagen Oh mein Gott Die Luft geht nicht rechtzeitig raus Und es ist die Türsteuerung im Vakuum kaputt Das ist saudumm Das war Ich kann nichts tun gerade Nichts Ich kann legit nichts tun Das ist Prenz hier Was war das denn? Was war das denn für ein Ende? Oh Gott Brennt 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 Vier Räume haben gebrannt Drohnen haben gebrannt Waffen haben gebrannt Medic hat gebrannt Shields hat gebrannt Ja das Hutschern ist Einzige der noch am Leben war Mehr oder weniger Sogar guck mal Full Life Ist doch Full Life am Ende Boah Das Ja das war jetzt Eine Geschichte Wie viele Punkte hatten wir 2000 noch was Hier 2100 Das sind nicht mal die Hälfte Nicht mal doppelt so viele Punkte Hätten für das Board gereicht Ah